CSD Saarbrücken 2019 War jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr hier, aber dieses Mal hat es mich noch mal nach Saarbrücken gezogen und für euch ein paar Impressionen anzusammeln. Also, viel Spaß mit diesem Video. Also, viel Spaß mit dem Video. Ich bin ein paar Körpers. Ich bin ein paar Körpers. Ich bin ein paar Körpers. Vanessa! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Musik Das war's für heute. Musik Oh, wenn schon, dann doch richtig. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.